Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr wisst es, ich bin kein Anlauf- oder Finanzberater und habe natürlich auch keine Glaskugel vor mir stehen. Ja, als allererstes, wer gestern mein Video gesehen hat, hatte ja schon gehört, dass ich eine Kauforder bei 5 Euro getätigt habe, beziehungsweise eine Limitorder. Und ja, wer den Kurs heute verfolgt hat, konnte dann auch dementsprechend sehen, dass dies dann auch ausgelöst worden ist. Ja, dass die 5 Euro so schnell geknackt wären, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und die Frage ist, wie weit geht es noch nach unten? Und ganz ehrlich, keiner weiß es. Es ist aber schon wirklich ziemlich krass, wie das hier aktuell aussieht. Ihr wisst es, die, die mich verfolgen, ich bin immer bullisch, immer. Aber natürlich auch mit dem Hintergedanken oder mit dem Hintergrund. Erstens, das Geld, was ich hier investiere, ja, habe ich übrig. Zweitens, ich gehe teilweise gefühlslos an Geschäfte ran, in Bezug auf Geld. Natürlich Geld, wir wissen es, regiert die Welt, gar keine Frage und jeder braucht es. Aber wenn man hier zockt, wenn man in gewisse Sachen investiert, muss man eben immer auch mit dem Gegenteil, das heißt eben mit Verlusten rechnen. Das ist so an der Börse, das ist bei vielen Spekulationen so, ob es Immobilien sind, ob es irgendwelche Uhren sind, ob es Autos sind oder sonst was. Auf was möchte ich jetzt genau hinaus? Ich habe groß investiert jetzt nochmal bei 5 Euro. Die Limit Order wurde ausgelöst, einfach aus dem Grund, um meinen Einkaufspreis wirklich noch stärker zu senken. Denn man muss einfach dazu sagen, ist jemand bei 15 Dollar eingestiegen oder Euro, ist ja egal. Ist natürlich um einiges einfacher, den Kaufpreis hier zu drücken, als wenn jemand bei 72 Dollar eingestiegen ist und man müsste hier jetzt 30.000 Euro in die Hand nehmen. Gar keine Frage, die, die mich jetzt schon seit knapp zwei Jahren verfolgen, wissen, wann ich eingestiegen bin. Mein durchschnittlicher Kaufpreis ist natürlich dann über die Jahre, über die zwei Jahre dann doch um einiges auch höher gekommen. Aber jetzt konnte ich ihn wirklich um einiges senken. Knapp über 8 Euro, 8,23 Euro, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und damit bin ich persönlich jetzt erstmal sehr, sehr zufrieden. Und heute gab es dann einmal in meiner Telegram-Gruppe, die unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, dann die Frage oder die Ansage oder wie man es auch deuten will. Geht es noch auf 1 Euro runter? Ganz ehrlich, selbst wenn ich werde, und das könnt ihr euch notieren, bis 1 Euro nichts mehr investieren. Sagen wir mal 2 Euro. Also, einfach aus dem Grund, da ich aktuell, und vielleicht hat es der ein oder andere auch schon mitbekommen, von der Führung von AMC nicht mehr überzeugt bin. Ich bin überzeugt davon, dass wir einen Kursanstieg sehen werden. Davon bin ich überzeugt. Nicht heute, nicht morgen und vielleicht auch nicht übermorgen. Aber ich bin von der Führung nicht mehr überzeugt. Und da bin ich ganz, 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 ganz ehrlich zu euch. Man muss sich vorstellen, 5 Euro. Wir waren bei 72 Dollar, 70 Dollar ungefähr. Und seitdem geht es nur nach unten. Das wissen alle von euch. Und dass sich hier die Führung nicht zu Wort meldet, ja, ich finde es traurig. Ich habe es jetzt auch schon in den letzten Videos immer wieder gesagt und ich werde es auch immer wieder sagen. Einfach aus dem Grund, vielleicht der ein oder andere aus der USA wird ja darauf aufmerksam und wurde vielleicht schon darauf aufmerksam. Da komme ich aber gleich drauf zu sprechen. Denn wir sehen es bei Ape noch viel schlimmer. Minus knapp 8 Prozent heute. Und ich bin heute ein bisschen durch YouTube gegangen, habe mir mal andere so angeguckt. Und wenn ich dann noch gelesen habe, zum Glück habe ich mich davon immer distanziert. Ape wird die Lösung sein. Ape ist das eine, was überhaupt hier noch was zu bringen kann. Ja, ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ähm, natürlich, und das muss ich auch immer wieder dazu sagen. Es ist immer einfach zu sagen, ah, das sind keine Verluste, solange man nicht verkauft hat. Gar keine Frage, es sind Buchverluste. Ja, ist richtig. Nichtsdestotrotz geht das natürlich schon an die Substanz, an die Nerven. Ähm, auch wenn man eben immer wieder sagt, man geht nicht oder man geht gefühlslos hier ran. So einfach ist es halt einfach nicht. Vor allem, weil hier auch sehr viele dabei sind, die vielleicht das erste Mal investiert sind, überhaupt an der Börse. Und vielleicht auch mit mehr Geld investiert sind, als sie hätten investieren sollen. Das gibt es leider Gottes auch. Mit Hypotheken aufgenommen, mit Autos verkauft. Und was ich nicht alle schon gelesen habe. Ja, was soll man dazu sagen? Auf jeden Fall bezüglich Ape, es war und ist in meinen Augen der größte Fehler überhaupt gewesen. Also wirklich, da bin ich fest von überzeugt. Das habe ich von Anfang an gesagt, dass ich hier nicht von überzeugt bin. Ähm, wo jetzt der AMC-Kurs stehen würde, wenn es Ape nicht gegeben hätte. Ja, wie gesagt, man hat keine Glaskugel. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich bereue es auf jeden Fall, Ape nicht verkauft zu haben. Äh, ich hätte hier wirklich lieber verkauft und dann direkt in AMC investiert. Hätte ich mehr von gehabt. Aber Ape, das tut schon wirklich richtig weh. Ja, und hier geht es nämlich darum, Frank Nets hat auch darüber geschrieben, ob er vielleicht mal ein Video angeguckt hat, ich weiß nicht. Dass einfach immer mehr Anleger, und das ist auch richtig so, Antworten beim CEO fordern. Beziehungsweise suchen. Er, und ich muss es wirklich, es tut mir auch leid, wenn ich mich ständig wiederhole. Aber, Avatar, super. Auch wenn jetzt einige sagen, oh, warum steigt der Kurs nicht? Naja, es gibt noch keine offiziellen Zahlen. Das bringt auch nicht wirklich etwas, denn man muss auf die Quartalszahlen gucken. Und da kann es jetzt noch 10 Avatar-Filme geben. Es bringt nichts, solange eben keine Q4-Zahlen rausgekommen sind. Aber hier gibt es immer noch die eine Sache, dass er, Adam Aaron, sich so auf die Anleger verlässt. Und ich habe es schon mal vor Monaten gesagt. Es wird der Punkt kommen. Und ich schätze mal, der ist nicht mehr so weit entfernt, ob es jetzt 2 Euro sind, 3 Euro. Dass hier wirklich viele dabei sein werden, die sagen, jetzt verkaufe ich lieber. Dass ich noch wenigstens etwas Geld rette. Natürlich kann der Kurs danach wieder richtig nach oben gehen, gar keine Frage. Aber die Nerven liegen halt dann bei einigen blank. Und dass Adam Aaron theoretisch kein Short-Squeeze möchte, ist eigentlich auch klar. Denn was bringt das? Kurzfristig viel Geld, ja. Aber was bringt es, wenn danach eben Anleger abspringen? Okay, ich würde danach auch wieder anlegen, ein paar Aktien, wenn es auf 500 Millionen Euro pro Aktie gehen würde. Jetzt mal übertrieben gesagt. Aber was möchte oder was ist aus unternehmerischer Seite hier der wichtige Punkt? Er möchte natürlich ganz langsam und stetig nach oben gehen. Ist aber aktuell überhaupt nicht der Fall. Sondern man geht ganz schnell stark nach unten. Und dass man sich hier nicht zu Wort meldet. Es tut mir leid, dass ich es nochmal sage. Es ist traurig. Es ist fatal für einen CEO, der aktuell noch als Silberrücken genannt wird. Für mich ist es ein kleiner Schipanz aktuell. Und ich habe das Vertrauen zu 99% ihm gegenüber verloren. Ja, dann auch eine Nachricht. FTX klaut 8 Billionen Dollar bzw. 8 Billionen an nicht gelieferten Sicherheiten und landet eben im Knast oder geht pleite und kennt Griffith 65,7 Billionen Dollar. Und es passiert nichts. Also auch ein sehr, sehr schönes Bild hier, das einfach die Sache ganz klar widerlegt oder nicht widerlegt, sondern zeigt, dass eben hier wirklich extrem etwas läuft, was so nicht richtig ist. Und auch die Nachricht, dass hier SBF verhaftet worden ist, komischerweise ohne, dass es hier entsprechend eine Anhörung gab. Denn die USA wirft ihm ja gewisse Sachen vor. Klar, es gab eine Gerichtsverhandlung oder eine Anhörung, eine Mini-Anhörung. Die hat aber nicht lange gedauert. Und normalerweise ist es eben so, bevor man hier wirklich etwas genaueres sagen kann, gibt es eine längere Anhörung. In diesem Fall komischerweise nicht. Ich würde mir wünschen, dass er hier wirklich die Karten komplett auf dem Tisch liegt. Und naja, er wird eh mit einer heftigen Strafe rechnen müssen. Also in meinen Augen würde ich an seiner Stelle hier mit dem Bahama, Bahama-Rischene oder wie die sich auch nennen, einen Deal machen. Hier, ich sage, gehen ganz viele aus und lasst mich hier frei. Naja, dann hier das Bild. Ich glaube, wir haben es schon 100 Millionen Mal gesehen. Ich hoffe wirklich, wir sind an diesem Punkt. Aber die Chart-Analysten hier überall, die wissen das wahrscheinlich besser als ich, wo hier der Kurs in die nächste Zeit hingeht. Ja, die SEC benennt MMTLP in einer Klage wegen eines Dump-in-Dumps-Programmen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Die meisten wahrscheinlich schon. Es wurde hier der Handel ausgesetzt und sehr viele, ja, verlieren Geld. So will ich es jetzt erstmal nicht. Ja, doch, so kann man es eigentlich sagen. Durch die SEC, man kann nicht handeln. Und jetzt schreitet die SEC ein und sagt, ja, das ist ein Pump and Dump und wir stoppen das. Und es gibt hier gewisse Ermittlungen. Und dann wird hier weitergeschrieben, dass man mittlerweile wirklich den Eindruck gewinnen könnte, dass eben die SEC, die ja für die Kleinanleger da ist, überhaupt nicht dafür, ja, sich vertreten lässt, indem sie für die Kleinanleger ist, sondern gegen die Kleinanleger. Denn sobald eine Aktie hier eine potenziale Möglichkeit hat, um hier gewisse Gewinne zu erwirtschaften, hohe Gewinne zu erwirtschaften und hier, meines Erachtens, wäre es auf jeden Fall möglich gewesen, wird es gestoppt. Und die Kleinanleger haben natürlich überhaupt gar keine Möglichkeiten. Ja, dann geht es weiter. Goldman Sachs möchte anscheinend 4000 Angestellte entlassen. Das ist eine, ja, was soll man dazu sagen? Ich glaube, aktuell gibt es nicht wirklich eine Bank oder einen Hedgefonds oder ein Finanzinstitut, das wirklich hohe Gewinne macht. Ja, und wer muss als erstes dran glauben? Natürlich gewisse Angestellte. Und dann auch eine Meldung. Ein weiterer Hedgefonds, Glampoint-Gründer Philips von CFTC, wegen angeblichen Handelsplanen, das ist jetzt automatisch deutsch übersetzt, wurde verklagt. Also ich frage mich immer wieder aktuell, warum hier kleine Pupser angeklagt werden. Und der Größte überhaupt, Ken Griffin, der ja auch noch unter Eid gelogen hat, wir dürfen es nicht vergessen, da passiert überhaupt nichts. Es passiert nichts. Und ich frage mich wirklich, warum hier aktuell von der, ja, von der Behörden oder von den Anlegern niemand auf die Straße in der USA geht. Niemand. Also wirklich, dass die Amerikaner das so zulassen. Also normalerweise kennt man die ja wirklich, indem man sagt, die gehen und preschen nach vorne. Nein, hier passiert wirklich überhaupt gar nichts. Und ja, ich hatte es letztens schon gesagt, ich will nicht wissen, wie viele Milliarden Dollar aktuell bei den ganzen Anleger von AMC hier im Minus sind. Und das ist in meinen Augen ein weiterer Grund, warum hier Adam Aaron sich einfach zu Wort meinen sollte. In diesem Sinne, ich danke euch. War ein bisschen länger das Video, aber es muss einfach mal gesagt werden und wieder gesagt werden und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Video wieder.